Ah, glaub ich nicht. Hey, hallo. So nicht, ey. So nicht, mein Freund. Hey, Entschuldigung. Wir haben so einen Hunger. Ich weiß nicht, ob man hier was zu fressen kriegt. Ich bin nicht von hier. Hm, na, auch nicht von hier. Ja, genau. Ein 100 Meter Swimmingpool. Schön mit einem Whirlpool so an der Seite. Quadratisch das Ganze. Ey, wir haben Hunger. Und zwar so richtig. Und das Ganze auf meiner Jagd. Moment mal. Das ist für den Inflationsausgleich. Ey, was ist mit dem? Der hat's doch nicht mal alle. Oder? Der würde ja wohl offen haben. Der würde ja wohl es wirklich offen haben, oder? Hunger. Nee. Nee. Nee, oder? Da fällt mir die Kraft aus dem Gesicht. Die Pizza- und Kebabhäuser haben zu. Ich mein, die haben immer offen. Fett. Sau, geil. Holen wir uns die Pizza irgendwo, oder? Ja, irgendwo muss ich noch was offen haben. Ja. 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 Ja.